Ich bin Herbig Danzer von den Möbelmachern aus Untergrumbach neben Herzbruck und ich möchte Sie gerne zu unseren Werkstatttagen vom 23. bis 25. Mai einladen. Am Freitagabend spielt The Rose and Crown, was Sie im Hintergrund hören. Am Samstag und Sonntag sind zwei Tage der offenen Tür zum Thema Küche und Möbel aus dem Massivholz der Region und vor allem deren Pflege. Wir stellen außerdem die Vakuumgar-Methode Sous Vide vor und präsentieren die neuen Woodspring-Betten. Am Samstagabend steigt die große Party mit den MDJs und am Sonntag ist das Streitgespräch zum Thema Waldnützen oder Schützen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Alle Infos unter www.die-möbelmacher.de oder 091 51 862 999. 091 51 862 999. 1 Tages Potpac 15 15 16 16 16 18 19 18 Untertitelung des ZDF, 2020